Willkommen zurück bei Demon's Souls. Wir werden das Spiel heute versuchen zu beenden, zu durchzuspielen, zu finishen. Wir haben alle Bosse bis auf, ich glaube, einen Down. Ähm, aber bevor wir jetzt zum Endboss gehen, möchte ich doch eigentlich, wir haben von dem Magier einen Schlüssel bekommen. Welche Richtung, welche Richtung, welche Richtung, es muss eigentlich diese sein. Wir haben von dem Magier einen Schlüssel bekommen, von diesem Hofmagier. Ich habe vergessen, dass sie alle hier seien. Oh mein Gott. Äh, wir haben von diesem Hofmagier-Typen da, äh, einen Schlüssel bekommen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Grab. Und ich weiß nicht mehr, was es im Grab gab, aber ich möchte gerne auf jeden Fall der Vollständigkeit halber das Grab natürlich auch nochmal kurz, ähm, ja, das, das Grab besuchen. Den Friedhof, den, den, ne, also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber. Hallo, 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 Maroni, komm her. So, okay, du bist schwach, alles klar. Halbmond, Gras, hey. Nix, 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 nix. Nix, nix, nix. Stirb. Soldaten-Lotos. Jetzt kommst du. Ich weiß, dass es gerade ziemlich schlecht war, aber so ist es halt. So, ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich den Schlüssel hier fangen. Also, vielen Dank zu dem traurigen Thema. Ja, geben wir mal eben 3000, also 3000 Seelen sind ja nix. Ähm. Okay. Dann weiß ich nicht mehr, wie man das Ding freischaltet, dann ist es mir jetzt auch egal. Dann geht's jetzt zum Endboss und fertig ist die Kiste. Drei von euch. Ich bin da kein großer Fan von. Aber ich werde euch auf jeden Fall besiegen, weil... Einer reicht. Ja, sehr schön. Nice, ihr kommt einzeln. Danke. Komm her. Oh, 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 oh. Das ist ein Foto-Mites. Kommen wir zu, na toll. Na toll. Dann locken wir doch mal ihn her. Schießt schon echt ganz gut schnell. Komm mal bitte hinter den Drachen. Dankeschön. Oh, wow. Oh, ich hänge. Oh, Gott. Alter, haut der rein. Tja, jetzt geht das schon wieder los. Wie viel Last habe ich denn? Ich habe viel zu viel Gewicht. Keine Ahnung, was ist jetzt hier? Terpentin. Habe ich erst noch frisch gekauft. Ich weiß nicht, ob ich hier... Ich glaube, ich kriege gar nicht genug Zeug weg. Um da mehr tragen zu können. Liegt vielleicht an diesen ganzen scheiß Schilden und so ein Rutschen. Da dran schnell, da kann ich selber schilden. Der Bieden, Bieden Hände halt, durchdringendes Schwert. Ministerkappe. Die Ringe. Dammit! Achso, ich kann die Sachen ins Lager sein, ich bin so dumm. Oh wow, ich bin so dumm. Ich hätte... Oh mein Gott. Ich hätte mir so viel ersparen können. Yeah, I'm stupid. Wow, ich habe es nicht gesehen, dass man die Sachen ins Lager senden kann. Dann hätte ich mir nämlich dieses ganze Wegwerfen auch ersparen können beim letzten Mal. Boah, das ist wirklich ein bisschen traurig. Muss ich gestehen, das ist ein bisschen traurig. Ich bin gerade eh schon menschlich. Oh, ich höre dich. Oh, Hartscher. Oh, drei. Oh, hallo. Damit könnte ich fast schon meine Waffe vielleicht upgraden. Oder es fehlt mir noch genau einer. Ich weiß es gerade nicht genau. Vier Vollmondgras, danke dafür. Wer schießt hier auf mich? Oh shit, wo kommt der denn her? Oh, 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 oh. Wo kommst du denn denn? Na komm. Nope. Nicht mit. Alles weg. Noch ein Beat in Händer. I take it. I'm taking the Beat in Händer. Oh noch ein Magaya. Okay. Und noch ein Drache. Okay. Okay. Bring mal den. Bring mal den Duty ruhig rum. Kann ich da durchrennen? Ich bin mir grad nicht sicher. Ich bin grad nicht sicher, ob ich da durchrennen kann. Ich glaub, ich probier's lieber erstmal nicht aus. Komm ich hier durch? Komm ich nicht. Chance. Dann muss ich ja hier durch. Ich hab ein Scheißglück gerade. Du stehst echt im Weg. Nice. Mein Hartstein-Klumpen. Sehr schön. So, hier will ich... Ich will gar nicht weitergehen. Alles gut. Also ich will gar nicht... Zurück. Okay. Perfekt. Jetzt kann ich, glaub ich, da rüber. Hoffe ich. Der kommt wieder her. So ein Drecksack. Okay. Okay. Ja. Pack weg. Dritter Schild und dritter Schwert. Danke. Oh, ist das das Tor? Nice. Okay, hab ich einen Shortcut. Gibt's hier in dem Spiel echt wenige, muss ich gestehen. Also es... Gibt immer nur einen großen, großen Shortcut. Okay. Ich wollte wissen, wie weit das Feuer geht. Au. Holy shit. Okay, alles gut. Ah, hi. It's you. Yep. Okay. 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 Warum stirbt er? Okay. Ähm. Mein Problem an der Geschichte. Ich müsste jetzt den ganzen Weg zurück. Und eigentlich... ...habe ich darauf gar keinen Bock. Können wir uns erstmal um den da. Oh. Welche. Oh. Oh, oh. 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 Bro, nope! Oh. 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 Das Problem ist, ich block halt nicht den ganzen Schaden ab mit diesem Schild. Ruhlenschild, Ruhlenschwert und hier ist der Aufzug, nicht wahr? Gut. Eine Kaltstandschärme haben wir noch. Weil wir haben gerade 62.000 Seelen, ich gehe jetzt nicht mit 62.000 Seelen dahin. Da bin ich... Nö, das mache ich nicht. Opfer darbringen? Was für ein Opfer? Wofür 25.000 Seelen darbringen? Ja? Um Vergebung bitten? Was? Was fuhre ich hier gerade? Was habe ich gerade getan? Was habe ich gerade getan? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was ich gerade getan habe. Ja, ich bin fertig. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Das, was ich hier gerade aber ganz tue, ist ein letztes Leveln. Ich bin der Schlüssel des Lebens, der Schlüssel des Lebens, der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewäldet eure Stärke, ob das die Welt geheilt werde. Ob das die Welt geheilt werde. All right. Seid ihr fertig? Ja, ich bin fertig. Mit ziemlich allem. Ich war krankvorsorge. Ja, ich bin auch krankvorsorge. Wir wollen gerne das hier weg. Wir wollen gerne... Ah, ich habe sieben. Ich glaube, ich brauche auch acht. Nein. Ja, das eine will ich zurückhaben. Das hier will ich zurückhaben. Ich habe, glaube ich, gerade... Was Wichtiges weggepackt. Ähm, nicht weggepackt. Ich habe, glaube ich, ein zu wenig, oder? Ich brauche... Gro... Oh. Nice. Ich kann tatsächlich... Habe ich noch Hartstein-Scherben? Ähm... Wir gehen noch einmal kurz in... Hier hin. Ist der Händler jetzt noch da? Oder ist der jetzt immer im zweiten... Oh nein. Vielleicht ist der gar nicht mehr da. Ah, das wäre jetzt ärgerlich. Bist du noch da? Oder bist du jetzt in... Ne, du bist noch da. Okay, warte mal. Oh. 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 Ich will wieder den Nexus. Ich will meine Waffe noch auf 8 bringen. Der Nexus. Und dann bin ich durch. Ähm... Dann war's das. Dann sind wir... ...bereit dafür, dem letzten Boss... ...entgegenzustellen. Bingo. Auf 8 bitte einmal. Jetzt brauche ich noch Hartstein-Klumpen. Ähm... Ja, ne. Machen wir... Machen wir nicht. Passt schon. Äh... Wie weit sind wir schon... Wie lang sind wir schon dran? 20 pro... Ja. Ja. Wir machen hier erstmal... Wir machen einen Cut. Und dann geht's beim nächsten Mal... Äh... Tatsächlich doch nochmal kurz zurück... Äh... Zu den Toren von Valaria. Und danach... Geht es zum... Letzten... Boss im Spiel. Bis dahin... Sage ich... Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedy. Bis dahin.